Ich bin Öden Rath, Solo-Kontrabass ist bei Wiener Viehharmoniker. Ich war noch Student in Wien, an der Uni habe ich Kontrabass studiert und ich musste, dass ich am Samstagabend einfach früh schlafen gehen muss, weil am Sonntag durfte ich erstes mal zum Wiener Viehharmoniker-Konzert gehen, im Musikverein. Ich habe schon einen Stehplatz gekauft und mit voller Begeisterung, also ich kriege jetzt noch immer Gänsehaut, vielleicht sieht man das, bin ich zu diesem Konzert gegangen und ich bin dort gestanden und ich habe Fünfter Beethoven gehört und konnte das einfach nicht glauben. Wie kann dieses Orchester so spielen? Also dieser Klang, dieser tiefe Streicherklang, dieser ganz dunkle, kräftige, volle, kernige Bass-Sound habe ich eigentlich noch nie gehört. Für die Kontrabassisten eine ganz spezielle Stelle, Fünfter Beethoven Scherzo. 19. Jahrhundert, Domenico Dragonetti, ein ganz virtuoser Kontrabassist, hat einen neuen Bogen entwickelt und er hat für Beethoven vorgespielt. Beethoven war sehr begeistert von seinem Piccato, von seinem Staccato, von dieser technischen Entwicklung des Kontrabass und er hat immer diese technische Entwicklung durch diese Bogentechnik in seine Symphonie eingesetzt, zum Beispiel bei Scherzo. Wenn Beethoven durchschreibt, das soll immer sehr fröhlich klingen und sehr viel schwingen, sehr leicht gespielt werden und mit dieser Bogentechnik können wir das tun. Und ich liebe diese Stelle ganz besonders, das ist wirklich eine Tanzmusik, das ist so wie Menüet und das muss einfach so schwingen und so leicht klingen wie ein Wiener Walzer. auso ein Wiener Walzer